Papa, darf ich 16 Minuten Serie schauen? Kommst du denn auf 16 Minuten? Ich habe in der Schule gelernt, dass ab 16 aufgerundet wird. Also eigentlich sagst du, du willst 20 Minuten gucken, ne? Okay, also ich bin ein bisschen stolz, gebe ich zu. Deswegen Ausnahme, du darfst jetzt heute mal 20 Minuten gucken. Und dann gibt es ja noch die akademische Viertelstunde. Ja, Moment mal. Naja, die zählt ja eigentlich gar nicht. Also sind wir bei 16 plus 4 plus 15 sind 35. Und du hast ja gesagt, 0 ist nix. Also wenn wir noch eine 0 dranhängen, darf ich 350 Minuten schauen. Okay, aber sag mal nix. Zieh dir unseren Podcast rein, Bromance Daddies.